es ist bei diesem schwarzen recht und kein logo ok das kräftige ich ist nice und wenn ich muss dann ganz los den twitch chat aufmachen ansonsten läuft hier gar nichts das ist ein ordner einschaffen ich wollte eigentlich gar nicht muss ich was anfangen wir haben wunderbar dann kann das hier nämlich zugemacht werden ohne den hier komplett gefett fingert bei looten dieser rennen hätte ich liebe ihn gerade er kann null mit ihnen spielen hat in jedem spiel das gleiche gleiche sind sie so gesehen schon ja flex flex die waffen kannst du gut mit dieser waffe spielen ich meine ich habe gute hitze machen äh deine zeit sind gerade an der scheiße roh ich du bist schon rauf dran für was? du bist schon gestorben ja leider dann sag mir nicht dass meine zeitgeist aber deine zeitgeist schon anders schlecht gerade gewesen grün ich bin nochmal zugegeben du hab mir noch 2mal verkackt ich freue mich auf es dich auf acht es ich bin außerdem Alter oh 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 Da, 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 da. Da, da, da. Der macht einen Heal auf, der Boy. Der hat sich, der hat ein dezentes Ziel aufgemacht. Der hat sich selber aus XSBoy wieder back am Sp... Pimmel... Entschuldigung, wollte ich nicht sagen, aber... Ich hab doch das Thema. Bei Twitch steht ähm... Familienfreundlich. Ja, normal, ich hab extra Familienfreundlich reingefragt, weil ich immer so schön... Ruhig bin. Äh... Aber die Wörter sind nicht verpasst. Ja, ich bin ruhig. Ich bin ganz ruhig. Hahaha. Mein Gott, Alter. Aber das ist ja nicht schlimm. Du sagst sowieso immer. Oh, sowieso. Mein Aims. Das nervt mich. Was ist mit meinem Aim los? Was? Ich geb dir einfach noch nen Handy. Du hast 1 HP, Alter. 4 HP hat dich. Oh, das gibt es nicht. Das stand schon wieder so. Dann hätte ich lieber daneben getroffen, Alter. Nichts oder so drauf gehören, wer. Wieder neben vorbei. Guckst du nie bei dir? Ja, aber ist auch Familienfreundlich. Da wir ja sehr Familienfreundlich unterwegs sind. Darf man nicht falsch verstehen, ihr wisst Bescheid, Leute. Oh, wunderschön! Nein! Da hab ich gefühlt, der. Alter war aber anders geil, der Hit. Nicht schlecht. Er hatte nur noch einen HP. Digga, wie, was ist denn da so eine Runde, Alter? Den ich erüben möchte oder sonst jetzt. Ich bin jetzt im sozialen Bereich, aber ich möchte das nicht unbedingt erüben. Ich möchte eigentlich Real Talk YouTube machen. Darf man ja. Wär auch geil. Ich hätte dir gegönnt, die Abos. Ja, korrekt. Ja, korrekt. Ich weiß, es gibt auch hier, die nicht so gut sind, aber... Ja, klar. Oha, Digga, Digga. Oh, ich legte nicht. Wie ich dich gerade gelasert habe. Das war unnormal gut. Ja, Digga. Nein, Digga, die Trap. Ich war noch an der Wand. Weißt du, wann die Trap sich aktiviert habe, wo ich ein Millimeter neben der Wand war. Welcher? Ja, machen wir den hier. Den hier. Hehe. Das ist die Logik davon. Wenn du gleich Southpacks machst und dann die Flurfs mitnimmst. Wie lange bleibt es eigentlich noch? Ja. Ja, gefühlt gerade ohne meines Lebens. Was ist denn wirklich so? Was ist los mit dir? Was ist das? Wie, Drock? Boah, hast du ihn weggezogen. Ich hab dich geguckt. Hä? Ich hab's beigedreht. Letzter, keine in meinem Heil. Und ne Mumm, kein Kampf. Ich darf dich verletzen. Das war's. mein gott zu glück gehabt weil ich hatte auch keine materialien mehr das werde ich jetzt wahrscheinlich verlieren weil ich gerade gesagt habe ich für die matches so dieses kammer movement er hat sich selbstverständlich man so wie geht das kraft kann ich mich irgendwie in die cone packen junge wenn man mit dem pizze ist heiße pizze und eine sunfläche zu tun und die hier hat mein ganzes sunfläche wird von der mutter joh wer gibt mir infiz hat shot hätte ich jetzt auch gerne gehabt mein ganzes sunfläche ist angeschwollen überall überall ja und er läuft da einfach noch rein ja das ist okay ich ich bin ich bin habe das ist Wann ich bin Ah fuck, da wurde ich ekelhaft geblayt Ja das liefen, ist eh die letzte Runde gewesen Okay, GG's wunderbare Runden von mir auch wieder geblayt Ich weiß gerade nicht, was es so folgt, das wäre cool, wenn das so bleiben könnte Ich weiß gerade echt nicht, was los ist, aber ich würde es mir wünschen, dass es so bleibt